und damit herzlich willkommen zurück bei allen ringen auf meinem kanal das mache ich jetzt einfach mal das meistens immer so rein der letzten folge sind wir noch so ein armen toten etwas gefolgt ganz zu diesen hässlichen bären geführt das gegner alter ist der groß weil ich den vor als geschnipst habe die power voraus ist komisch übersetzt ist ja gut dass ich vor uns geschnipst habe oder wäre das sonst auch da hallo ich wollte richtung ich bin manchmal so durcheinander ich wollte gerade richtung süden aber da war ich ja gerade kackt werden gehen wir mal ein bisschen weiter vorbei was soll hier schon passieren ich war das sind welche vom spiel oder was können wir uns verkaufen auf jeden fall die aber haben wir es brauchen keine ahnung die schilder geil sind also wir hatten der kerl aber nicht trotzdem gehen wir hier weiter dabei lässt mich hoffentlich in ruhe weil den könnte ich sogar besiegen irgendwie renne ich hier immer noch lieber ohne pferd rum ich weiß nicht warum ist das nur eine gewöhnungssache oder wie war das bei euch ich höre da was ich höre da was großes ich höre da was ist besser ist nichts Achtung! Das war's. Hauptsache rumschreien. Keine Ahnung, ob das doof ist, dass ich hier bin. Ich bin mir nicht sicher, ob das doof ist, dass ich das Spiel spiele. Goldene Saat. Das ist die Festung von der Vogel. Gibt's hier keine Gnade? Objekt, aber nicht dir. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Mann! Das habe ich halt noch nie kapiert. Wie mache ich das? Mit einer Gäste, oder? Die war es nicht. Die war es auch nicht. So, dahin geht es hoch. Ah, vielleicht bin ich ein bisschen blind. Gut. Klingt schon mal auf jeden Fall interessant. Bluthose. Sternbaum, ja. Danke für den Tipp. Ja, wäre mir so gar nicht aufgefallen. In hoher Turm, was soll da schon passieren? Medaillon von Dektus. Links braucht ihr wahrscheinlich noch die rechte Seite. Ah, okay. Affinität und Talente. Musst du noch mehr geben? Da habe ich das Gefühl, die Plattform, da ist doch hoch irgendwas. Man kann, man kann einfach alternativen Weg runterhüpfen, oder wie? Bösartige Person voraus. Okay. Ah, okay. Riedestein. Ist doch die Burg, oder? Ist die Haste der Heid. Ich weiß jetzt immer noch nicht, wie man verborgene Durchgänge macht. Waschloch. Hat mir aufgeräumt, oder? Größtenteils. Die Geisterqualle hat mir gut geholfen. Ja Leute, ich google das jetzt mal kurz. Bis gleich. Okay, das geht jetzt wohl nicht so einfach. Deswegen ignoriere ich das jetzt einfach mal weg. Weiß nicht, die unten noch irgendwas? Oh, das haben wir ja halbwegs gerockt, würde ich sagen. Was? Was? Habe ich fast runtergefallen? Das ist ein guter Kamanja. Einfach nur das Geul Deswegen bin ich ja immer eigentlich Fan von Open Worlds Auch wenn man, gut das trifft jetzt hier nicht so Immer diese 0815 Sachen macht Sammelt das Den auf die Schnauze Aber gerade bei Assassin's Creed zum Beispiel Ist das ja so Dass die Welten verdammt Schön aussehen Hätten wir erstmal alles geräumt oder? Kann das sein? Weiß es nicht Alles geräumt höchstwahrscheinlich nicht Aber Ein bisschen was Festung Hight Bin ich sterben Und macht dann sowas hier Was ist denn das da vorne? Was ist das? Auch einfach nur ein Dings? Ich wollte eigentlich Ich wollte eigentlich umschalten Wahrscheinlich Kopf Oh eine Gnade So das nutzen wir doch direkt Pilz sind ja Oh wie Allg werde ich hier Wie viel Wie viel brauchen wir? Weiß ich gerade nicht Ah Auswahl nutzen Warum steht das auf Nein Aber jetzt Wo geht's auch Wird noch nicht ganz reichen Wahrscheinlich Sehr schön So Echt Fünf Fünf Inventar Haben wir noch was kleines Mal angucken Aber wir reisen mal kurz Wir sind hier hinten Ich werde es nie kapieren Freunde Reisen kurz Und zwar Zur Kirche Ich werde es nie kapieren Dass man einfach Über die Karte reisen kann Naja So Okay Die ist hoch Das Skaliert mit D Mit Geschick Das ist auch geil Wait Well You're back There are others Of my people Who yet survive In these lands If the mood Takes you When you meet one Then offer them Some trade Won't you My people Wanderers all Have long been Spurned By the grace Of gold Which is why We cannot settle But instead Are forced Into this pitiful Unceasing journey But thanks To that Things are not so Different for us Now Though the Elden Ring Is shattered I think this makes us Kindred spirits Of sorts Your people The Tarnished And mine Perhaps you don't Need to hear this But See that no harm Comes to my kin We have a saying We wanderers Lament not your solitude Expect no sympathy No regard Nothing Nothing But If anyone Dares harm us Show them No mercy That is our code So to speak Just the way We are Deeply Unforgiving I'm glad I pointed you In his direction He's boorish Blunt And couldn't find His nose With both hands But he's a good egg I think the two of you Are sure to find The best in one another Okay Okay Goodbye For now Auch noch A hand Full runen War no Blutflick Berühren Oh god 64 Da muss ich ja noch Ganz schön Oder hab ich noch Nein Aber warum FP kosten Ich hab wahrscheinlich Einfach nicht so viel Das findet man ja raus Status Oder auch Oder auch nicht Okay Das Ja Das Ja Das Ja Bei Ein paar Schmiedestein Haben die die ganze Zeit Gedroppt 120 20 Brauche ich noch Mehr Was ist hier Ist hier nie was Passiert hier Sprich noch einen Oder halt davon Wer hier Wie sagt man so schön Schwere Geburt Hier hin Wandern Das ist die Westseite Also die geht Wahrscheinlich Wirklich da Da muss ich ja Quasi da weiter Reiten Also kann ich Hier hingehen Würde ich jetzt Mal behaupten Wo ich immer noch Glaubt Das ist ein bisschen Dumm Nein Das geht schon Deutlich Hier Moment Nächstes Mal Gehe ich wieder Auf Dings So Jetzt gehen wir hier Hoch Und reiten Einfach die Scheiß Gase Weiter Hobsi 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 Am besten wir gehen außenrum Da sind wir kurz zu viele Leute Na ja Leckt mich Du auch Würde Gott gerne Auf die Korte gucken Aber Nicht die allerbeste Idee Besser spät Als nie Würde ich sagen Ich weiß sogar nicht Wie ich richtig bin Das gefällt mir nicht Bis zu Hause Wenn die sich Zusammentun können Irgendwie Okay Ich werde gleich Sterben Oder Ich kann Spiegel Bist du was Fuck it Justice Now This is where It ends For you Hm Oh Ah Es hieß ja Ich soll ihn rufen Ich soll ihn rufen Hieß es ja Jetzt wollte ich gierig werden Okay Ich habe ihm nur geholfen Was ist denn da der Bildschirm Was ist denn da der Bildschirm Was ist denn da der Bildschirm Eins noch Eins noch Stärke Eins noch Schön Warum auch nicht Vielleicht mit dir reden Eigentlich hast du ja die Arbeit gemacht Dunkelschmiedstein Noch mehr bitte reden Mag den Er sagt wenigstens sehr nett Verpiss dich Verpiss dich Ich habe keine Ahnung Ob ich den jetzt alleine besiegt hätte Im first try Ich glaube es nicht Aber Er wollte ja dabei sein Wie komme ich da runter Ohne direkt zu sterben Ich bin ja einfach vom Weg abgekommen Oder Vorsicht Hund Na ja Bluthund Die Waffe die er gedroppt hat Die liegt aber sehr interessant Muss ich sagen Wir sind ja einfach vom Weg abgekommen Da müssen wir einfach wieder drauf Was vielleicht gar nicht so einfach ist Und jetzt verschwinden Hier Na ja Wenn jetzt Das ist unfassbar dumm Oh schön Hier geht es ja gar nicht weiter Ich versuche das jetzt Oder War ich hier schon Achosie hat sie oft gerappelt Das gefällt mir gerade nicht so Den kann ich noch nicht rufen Habe ich zu wenig Bisschen schneller vielleicht Okay Starb da Halbmenschenkönigin Habe ich gerade eine Königin ge... Der Stab ist der höchstwahrscheinlich Ein Zauberstab Ich weiß halt Zehn Da bin ich halt weit weg von Auch in echt Mag ich nicht Erbärmliche Person Nur ein bisschen leicht Man weiß nie was war In dem Spiel weiß man noch weniger Die Geschichte von irgendjemandem Als in echt zum Beispiel Deswegen erbärmliche Personen Weiß ich nicht Die Power voraus Weiß ich auch nicht Oh ja Springenversuch Das klingt nicht so geil Hier Da geht's hoch Da geht's hoch Was da vorne gefällt mir nicht Wir gehen jetzt mal nach oben So Ich bin der Hoffnung Dass es hier vielleicht eine Gnade gibt Ich bin bestimmt wie ein Zwei Dutzel vorbeigegangen Okay Da ist Vergiftung Wahrscheinlich ist das dumm jetzt Ach da waren wir gerade Du mich auch Ah da ist ne Gnade Haben wir noch Irgendwie Haben wir noch irgendwelche Ich habe besondere Waffen Auf plus zwei Wir haben leider kein Steinen mehr Wie viel brauchen wir um aufzusteigen Achthundert Nicht gerade wenig Wie doll Takfie Kopf der großen Libelle. Okay. Da will ich jetzt noch nicht unbedingt hin. Zumindest nicht diese Erfolge. Weil hier sind wir schon ein bisschen weit wieder. Was die Zeit angeht. Aber ja. Da hinten ein Händler. Ich hoffe, das ist ein Händler. Sonst sind es mich Gegner wie der Typ da oben. Glück gehabt, das ist ein Händler. Was hast du denn für mich? Hm. Ich hab ja eigentlich noch einen. So ein bisschen mehr Farben. War doch gerade ein Reiter, oder? Hier war der Kartenreiter. Das funktioniert auf jeden Fall immer ganz gut. Kriegssache, mächtiger Schuss. Ich muss mich mal an den Kriegssachen rantauen irgendwann. Den kann ich nicht rufen. Fehlt mir da. Das war doch mal. Hier war's. Ich FAR dich. Da war's. sind das vögel menschen habe ich nicht warum habe ich mir vorhin das spielstein gekauft das ist übel wie die jetzt hier goldene ohne morgenstern und Und zwar auch immer ein Kleiner Zack. ich bin doch nicht so gesprächig kann das sein ein bisschen muss ich mich auch konzentrieren ich würde ja ehrlich gesagt ich würde jetzt gern wissen ob ich margaret jetzt legen könnte oder nicht ich bin mir da nicht so sicher wir haben jetzt seitdem so mini bosse gelegt aber das wäre der erste richtige bosse oder als erste richtige bosse wo man nicht sterben soll hier bin ich gar nicht lang gekommen oder gibt die noch is somebody there might i bend your ear for a moment please my name is arena i've escaped from castle morn to the south the servants there have a belt i i can't be sure what it is my eyesight's been weak since birth you see but i swear i heard frightful howling from all over my good father secreted me out the castle but decided himself to stay he says it's his duty as commander i feel servants are full wrath filled with have since come for every one of the companions i escaped with they haven't spared a soul i fear it's no different at castle morn please i implore you would you mind taking a letter to my father at the castle my soul wishes that he escape even if his own please thank you then please ob das ob ich es jetzt schaffe achso jetzt habe ich finger versuchen irgendwie komplett hier woanders lang geritten 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 Spielstein. Guck mal, pass mal auf du Sack. So schon mal nicht. Wo sind wir lang geritten? Ich hab keine Ahnung. Irgendwo da oben, oder? So viel Mühe müssen wir es jetzt nicht machen. Aber vielleicht ist ja irgendwo eine Statue, wo man eine Karte findet. Ist ja noch eine Gnade. Die Halbinsel der Tränen. Wir gehen trotzdem zu anderen. Na, wir gehen hier. Wie lange sie die Folge beenden müssen. Ich bin ja schon bei 46 Minuten. Irgend so was. Kufenaufschick. Ach, jetzt geht es jetzt kurz besser. Da brauchen wir noch eine Stärke. Und dann können wir die Goldene ruhen. Das war nicht so viel, oder? Ja, das sind 800. Wie dem auch sei, würde ich sagen, wir machen hier eine kleine Pause und sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wie immer gilt, Tipps in die Kommentare, wenn ich was verpasst habe. Ein bisschen was habe ich hier aufgearbeitet, die der letzten Folgen. Ansonsten Abo dalassen, Glocke aktivieren, damit ihr mich nicht mehr verpasst. Macht's gut auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss. Seseln